Hey Leute, hier ist Aldemar, zurück mit der Space Rain Demo. Willkommen zurück. So, ähm, folgendes. Wir haben, äh, drei Fighter. Ohoho, weh, weh, weh. Woran kann ich dir eigentlich sagen, was ich am Anfang benutze? Immer den ersten wahrscheinlich, ne? So, los geht's. Auf, äh, in das System. Und, äh, hoffen wir mal das Beste. Ich glaube, es gab jetzt noch ein paar Patches. Ich bin mal nicht sicher. Ich habe jetzt, ähm, extra ein paar Tage gewartet, bis ich wieder einen aufnehme, weil... So was weiß man ja nie. Wingman 1, 2, seid ihr bereit? Ja, Captain. Yo. Folgt mir. Da ist sie. Die Fighterflotte. Oh, das ist der Neue. Cool. Yeah. Okay, dann warten wir mal auf Contract. Ja, Eskorte machen wir mal, wenn... Ich meine, jetzt sind wir zu dritt. Aber wenn ich jetzt verkacke, haben wir ein Problem. Ich meine, ich bin froh, dass wir das jetzt schaffen, hier. Ship Escort. Assist. Low. Sieg and Destroy Medium. Machen wir Sieg and Destroy Medium. Sieg and Destroy Medium. Eingeloggt, Captain. Bereit machen zum, äh, Hyper Travel Speed. Äh. Deluxe. Folgt mir. Ja, klar. Habe ich jetzt eigentlich meine bessere Kanone rein? Ne, habe ich nicht. Aber der andere Typ hat eine, ne? Wir machen das auf jeden Fall bei beiden kleinen. Vielleicht doch mal ein bisschen aufwerten. Ein bisschen aufwerten muss sein. Ah, Cola. Cola. Es ist schon cool. Also, ich bin echt auf die Vorversion gespannt. Bereit machen. Ziel in Reichweite. Alarm, Alarm. Hochfahren der Sicherheitssysteme. Guck mal, ich habe null Raketen. Kann das sein? Muss ich die doch nachladen? Hm. Treibstoffverbrauch 92. Hm, geht eigentlich. Ich glaube, das wurde, ist weniger geworden, glaube ich. Also, wenn man dann mal größere Raumschiffe hat, bin ich echt gespannt. Also, dann würde man immer damit fliegen. Oder Träger. Du hast Träger schon gesagt, starten. Oder gehst halt in den Spectator-Mode und guckst nur noch zu. Wahrscheinlich besser. Oder leitest den Bomberangriff mit. Okay, ich darf nur nicht Tab drücken. Geh los. Ne, das ist unserer. Wo seid ihr denn, ihr blöden hohlen Nüsse? Wir sind am Ziel. Wo sind die Feinde? Düd. Wir fliegen mal nach oben oder so. Doch weiter in den Asteroidengürtel rein. Das ist unser Großer eigentlich. Da ist er. Wird ihn gerne Namen geben, wie Jonathan 1. Hardball 5. Hotdog. Tja, kann er hier? Will keiner sterben? Tja, wir bräuchten einen mit höheren Sensoren oder so. Höhere Sensoren wären gut. Oh ja, oh ja. Gut, dann fliegen wir. Aha, was geht los? Wo denn? Ach, da. Da sind sie. Oh, sie greifen schon an. Auslöschen war... Auslöschen. Ich geh ruhig. Yeah! Sehr schön. Ja, das ging daneben, ihr Lappen. Haha. Sehr schön. Noch mal zwei. Alter, wie sie einfach ihn finishen. Na gut, es sind dreckige Piraten. Die müssen vernichtet werden. Sehr schön. Ich meine, jetzt können wir entweder raus oder wir machen noch eine. Ne, ich glaube, wir fliegen raus. Das ist zu gefährlich, würde ich sagen. Ich habe das immer noch nicht raus hier. Egal, ist ja egal. Ist ja egal. Auf, zurück. Ja, wir können uns wieder einen holen. Wieder einen kleinen. Dann haben wir... Sind wir insgesamt vier. Nicht haben wir vier. Ja, wir haben vier dann. Da bin ich ja mal gespannt. Also, es wäre schon cool, wenn man bei der Station hier tanken könnte. Es sei denn, ist es jetzt möglich. Aber, äh... Ich glaube nicht. Gut, wir können ja mal als nächste Mission mal eine Schipp-Eskorte assisten. Aber wir kaufen uns dafür noch ein Raumschiff. Noch eins. Oder wir machen noch den hier. Ne, ne, ne. Wir dürfen jetzt nicht gierig sein. Das ist... Das ist jetzt zu riskant. Wir sind... Ne, wenn wir... Einen Raumschiff verlieren, legen wir wieder zurück. Da liegen wir doch wieder zurück. Blöd wäre das für jeden Fall. Also, zurück. Hoch! Ich habe Feinde... Im Visier. Wieder zwei. Die können wir noch machen. Das bringt noch Kohle. Und wir wollen sogar. Hier holen wir uns. Die anderen kämpfen schon? Wo sind die denn? Ach, die greifen die schon an. Äh... Ich habe nicht gesehen. Guck mal, die greifen das Frachtschiff da an. Oh. Oh, das war knapp. War es wahrscheinlich nicht. Aber ich würde es ja... Egal, wir können ja gleich nachladen. Yeah! Ja, wieder daneben. Ja, wieder daneben. Wow! Wuuu! Das ist so geil. Ich liebe sowas, bei so spielen. Richtig gut. Okay. Okay. So. Ist er der Richtige? Sehr schön. Jetzt hat es sich doch gelohnt. Jetzt haben wir wie viel? 15.000. Oh gut. Wir können irgendwie eine Kanone verbessern noch. So. Hieraus könnte man echt noch ein Strategiespiel machen. Sachen einnehmen. Dann Handelsrouten. Ne? Um Kohle zu machen oder so. Keine Ahnung. Wer weiß, was das Spiel da so bringt. So was wäre als Multiplayer so geil. Auch so ein Persistent Server. Oh Mann. Schön wäre es. Alle drin? Alle drin. Und raus. Könnte größer sein. Der Exit. Könnte größer sein. Der Herr Exit. Hat was von, äh. Hat was von der Stadt in den Wolken. Von den Gleitern da. Star Wars. Ah, wie heißt sie denn nochmal? Ach, scheiße. Wie hieß sie denn nochmal? Oh Gott. Schande über mein Haupt. So. Wir kaufen. Noch einen kleinen. Sehr gut. Wer? Die sagen nämlich hier. Nein. Du hast das Limit erreicht. Der kriegt, äh. So. Der kriegt. Pass auf. Den geben wir jetzt mal. Eine Railgun. Kostet aber 3.000. Sonst bauen wir dem halt. Burst Repeater. Confirm. Ich bleib erstmal bei dem Standard Ding. Und hier ein Heavy Repeater rein. Bang. Okay. So. Wieder ins System. Wir sind bei 16%. Wir schaffen das schon. Schon noch. Yeah. Los geht's. Cascador. Threat Level Medium. Traffic Medium. Und da kommt schon der erste. Contract rein. Medium Moor. Hm. Vier Raumschiffe. Los geht's. Ich werde es bräunen. Ich glaube, die stand immer von hier, oder? Warte mal. Ich muss immer gerade warten. Ich glaube. Das hat so ein komisches Symbol. Da ist es. Nee. Warte mal. Äh. Hat das funktioniert? Haben wir es angenommen? Ich glaube, wir haben es gar nicht angenommen, oder? Ship Escort Medium. Bin verwirrt. Krass. Was haben wir denn jetzt auf dem Radar? Ich bin jetzt erstmal zu der Station. Ich glaube... Das hat nicht angenommen. Oder wird irgendwie gekämpft? Äh. Nee, wird's nicht. Okay. Stopp. Nee, doch. Haben wir angenommen. Im Estuit Cluster. Ah, da ist es doch markiert. Ich bin das nicht gewöhnt. Sorry. Normalerweise ist das immer... Hört. Habt ihr das gehört? Boom, boom, boom. Wenn sie, äh... Wenn sie, äh... Hab ich... Hab ich eben Quantum Travel gesagt? Ihn Fast Travel anmachen? Ah, den können sie jetzt eigentlich abfangen nebenbei, ne? Wenn das überhaupt ein Pirat ist. Ah, ist ein Frachter. Mann, ey. Scheiße, dass es hier keine Piratenmission mehr gibt. Aber wir wollen ja eigentlich nämlich für niemanden arbeiten hier. Wie können wir diese komiken Punkte hier angreifen? Diese Barken hier. Das können wir eigentlich auch mal machen. Vielleicht machen wir das nach der Mission. Falls wir die überleben. Wir schaffen das schon. Für das große Imperium Bob. Äh, Gott weiter. Bob ist aber auch toll. Hab ich denn jetzt ne... Was hab ich denn jetzt für ne Mission angenommen? Hab ich doch Search and Destroy angenommen? Außer sehen. Nein. Ach, ich hab Search and Destroy angenommen. Ich raste aus. Ich hab mich verdrückt. Ach so. Entschuldigung, ich hab's nicht gesehen. Immer so. Nix Neues hier. So, fliegen wir mal ein bisschen hier durch. Aha. Oh, sie sind schon am Angreifen. Außer ich nur war, äh, Delta Alpha. Ich werd in den Sitz gepresst. Keine Facecam an. Ich muss ja hier irgendwas sagen. Und wer ist denn da? Ach, scheiße. Ich hab doch einen anderen gekriegt. Yeah. Na gut, ich brauch's mal nicht. Freundchen. Yeah. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier. Ey, da ist ein Auto-Aim in der Kanone drin. Kann das sein? Muss ich mit dem... Ich hab auf einmal ein Auto-Aim drin. Das ist natürlich ein bisschen... Komm, wir machen jetzt noch Ship Escort. Warte, guck mal hier. Low. Accept. Oh, jetzt kommen direkt noch mehr. Scheiße. Guck, jetzt müssen wir zu der einen Station. Schwamm wir mal meine Raketen noch auf. Jo, die sind richtig scharf drauf. Ja, ich muss... Ach, ich muss so schießen. Ich hab immer mal das Ding ins Kreuz da rein. Das ist jetzt... Ah, jetzt muss ich genau hinten dran hängen. Alter, die haben sich gerammt. Die Loops. Ja, das mein ich halt. Das schießt halt so lahm. Ja, ich muss echt... Einfach so drauf schießen. Interessant. Okay. So, jetzt die Eskorte. Weg hier. So, wir sehen meine Schiffe aus. Oh, 40. Unser Hauptschiff hat nur 40 noch. Das ist nicht gut. Da kommen noch mehr. Mist. Ich glaub, wir müssen hier raus. Ich hab's nicht... Ja, ich hab's nicht... Ja, tatsächlich. Ach so, da muss ich hin. Okay. Normalerweise war das für mich immer so, dass man mit dem Kreuz auf den Punkt zählen muss. Nicht andersrum. Ich hab jetzt mal falsch geschossen. Ach man, ich hasse es. Es ist also niemals reibungslos bei mir, ne? Immer das Gleiche. 37. Er ist auf jeden Fall Main Target. Ähm, wenn ich jetzt hier rausfliege, gilt die Mission als abgebrochen. 18.000 haben wir. Wir können uns einfach noch einen organisieren. Ich glaub, wir fliegen hier raus. Ich glaub, wir holen ab. Weil es kommen ständig welche. Ja, wir fliegen hier raus. Wir holen hier ab. Egal, wie weit das jetzt weg ist. Wir verschwinden hier. Egal, was wir sehen. Wir können... Pass auf. Wir greifen als nächstes mal diese Com Arrays an. Ich glaub, die bringen uns nämlich Sicht... Oh, scheiße. Bleib bloß bei mir jetzt. Bei mir bleiben. Defensiv bleiben. Alter. Ne, das sind doch Nova-Dingens, oder? Nova-Dingens! Aber krass, wie unser... Unser schwerer Jäger einfach am meisten Damage kassiert hat. Vielleicht einfacher zu treffen oder so. Gut, wir fliegen hier raus. Auf jeden Fall. Toll. Aufgeschalten sind wir schon mal. Okay. So, kommt ihr Lappen. Kommt ihr den Kreis los? Jeder nur ein Kreuz. So, und raus hier. Das ist schon ziemlich cool. Schlicht, aber cool. Okay. Siehst du, jetzt haben wir schon zwei Missioner licht heute. Und es ist noch keine Folge vorbei. Nein, jetzt nicht abstürzen, bitte. Oh, Gott sei Dank. Das wäre es jetzt gewesen, ey. 18.000. Den hatten wir geholt, ne? Sollen wir mal auf den hier sparen? Auf den Razor? Ja, ich glaube schon, oder? Komm, sparen wir auf das richtige dicke Ding. Weil wir haben den... Ja, C4, oder wie der heißt. So, wieder rein. So, also. Dann machen wir mal die Com Arrays weg. Dann haben wir weniger rot. Dann ist das nämlich von Benko oder Gottwalter Co. Ausbeutungs GmbH. Fliegen wir mal dahin. Wir erobern ein System. Oh ja, es gehört uns bald. und dann schmeißen wir Novatec auch raus. Dreckige Piraten sind Abschaum, ja. Oh ja, ganz groß Abschaum. Ich meine, dann muss es ja auch irgendwann eine andere Organisation geben, die einen bremsen muss und dann springen die bestimmt in der Flotte rum. Ja. Wird ist denn das weg? Ah, ist gleich da. Sehr schön. Da sind auf jeden Fall ein paar Piraten, meiner Meinung nach. Satellite Platform. Düt. Okay, los geht's. Angriffsmanöver Epsilon Fritzikus. Ich mach's immer noch falsch. Ich kann mich da nicht dran gewöhnen, ne? Weil ich denke... Oh ja, sehr schön. Jetzt war's schon, ne? Hier ist noch einer. Ja, Capturing. Ja, Benko. Es gehört uns. Wie sieht's hier aus? Sehr schön. Da holen wir uns noch einen. Fliegen wir zu dem da. Oder zu dem da oben. Ich glaub, der ist näher. Ja, es ist der. Jo, zu dem fliegen wir auch. So, und ich glaube, der scannt einfach. Ich hab keine Ahnung, ja? Ich... Ach, guck mal da... Übrigens ist noch einer. Äh... Mann, ey. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das anpeilen soll. Das hat jetzt auch nicht irgendwie... Das hat jetzt auch nicht irgendwie... Oder ist das? Was ist das? Ne? Ne? Blablanebula. Ist das ein Raumschiff da? Oder ist es Dreck auf meinem Monitor? Es ist kein Dreck auf meinem Monitor! Oh, oh. Was denn, dass ein Schiff ist oder so? Angriff! Oh Gott, vier? Fünf? Oh Gott, das sind Verluste. Scheiße, das ist ein Weltraumfriedhof. Okay, alle Raketen rausschicken, die wir haben. Scheiße, es sind sogar noch mehr. Ach du Scheiße, was hat der denn bitte mit der Kanone? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich bin... Das ist nicht gut. Oh Gott. Mist, ich kann nicht mehr hier rausspringen. Ich muss ein bisschen boosten, um hier wegzukommen. Mist, ähm, Raketen wechseln. Okay, mein Herz. Raketen wechseln. Welcher Knopf war das? Ich kann jetzt bestimmt keine Hilfe aufmachen. Mann, C, B, 4, 5, R. Scheiße. Kommt, Leute, wir müssen das schaffen. Oh Mann, das ist gut. Wir haben alle verloren. Naja, irgendwie... Mist. Komm, der ist recht platt. Nein. Oh, das ist was anderes. Ein Garrison Outpost. Alter, wir sind fast ausgelöscht. Boah, wir haben die Piratenbasis erobert. Was bedeutet das jetzt? Alter. Wir müssen hier raus. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ist halt ein Control Point. Oh, scheiße. Das waren zu viele Verluste wieder. Gut, dass wir gespart haben. Gut, wir haben zwei Verluste. So, wir springen jetzt erstmal hier raus. Wir haben 26.000. Wir können uns das richtig teure Teil holen. Da haben wir wieder drei Schiffe. Alter, 7%. Alter, das war der Anfang, ne? Da sind direkt zwei von uns geplatzt. Das war ein Dauersterben. Control Point. Ja, aber... 40%. Wir haben jetzt schon den Großanteil. Ja? Den Löwenanteil des Systems. Scheiße. Das überleben wir nicht mehr. Wir müssen schnell raus. Nichts da, nichts da. Folgen. Folgen. Genau, passiv. Passiv bleiben, mein Freund. Passiv bleiben. Ähm. Scheiße. Und doch nicht passiv bleiben. Das war's. Ja. Ja. Wir haben überlebt. Das war knapp. Okay, dann als nächstes doch wieder eine Mission, glaube ich. Raus aus dem System. Meine Güte. Okay, liebe Leute. Ja, dann machen wir das nächste Folge mit dem Kaufen. Das war cool. Ich bin gespannt, was wir jetzt noch schaffen. Und hoffentlich. Also, ich denke mal, die Demo ist nur das System erobern. Ich hoffe. Es wäre cool, wenn mehr wäre. Aber wir werden es sehen. Also, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Space Rain Demo. Und bis dann, wie immer. Euren Senf in die Kommentare. Haut rein, Leute. Und bis dann, wie immer. 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 Vielen Dank.